Ob es gerufen wurden dann. Dangerous driving on Central Island. Dangerous driving von Wegen. Kurz schauen. Hier unten gibt es auch noch einen Comic. Wir sind jetzt schon hier oben. Da kann ich kurz zur Tankstelle gehen. Um das Auto hier aufzutanken. Und dann fahren wir da nach drüben. Da wir sowieso noch Bullerei am Arsch haben. Ja, los geht's. 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 Das ist die Anzeige. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Voll die Karre zerstört. Gleich die nächste. Black Mask. Das nächste Comic. Und da sieht es das Theater. Am Multons Charity Gala. Tonight. Metropol Shops. Und da auf der Rückseite haben wir. Oder besser gesagt ist es hier vorne. Haben wir auch noch ein Comic. Das wir hier mitnehmen können. At the corner of the pier right beside a small boat and some fishing. Ah, da. Schön hinter dem Seil versteckt. Was? Nichts, nichts. Ich habe nichts getan. Wieso schwebt das Auto? Auch schön. Interessant. Da haben wohl die Entwickler einen kleinen Fehler gemacht. Mit dem Boden, wie es aussieht. Da habe ich einen Fehler entdeckt. Dann einmal hier oben in der Ecke. Gibt es was? Unwanted sign. Hier hinter dem Theater auch nochmal eins. Und hier gleich zwei Dinge. Also hier in Central geht das ganz ziemlich schnell, diese Connectables zu finden. Die Brücke sieht dann auch ziemlich nice aus. Die Brücke sieht dann aus. Eigentlich könnte ich ja die Karte auch wieder rausschalten. Die brauche ich nicht unbedingt. Weil eigentlich ist alles immer hier schon aufgelistet, wo was ist. For multiple murders, Sophie Benefer, aka the window maker. Und dann braucht es das eigentlich gar nicht. Auch gut, schön, dass das Auge zerstört. Haben wir wahrscheinlich hier drin, würde ich sagen, in dieser Hütte einen Fuchs. Aber hier haben wir schon mal das Wounded Sign. Money laundering, Landon Frehly, aka Babyface. Boah. Könnte ein Praktikant sein. Bei Hangar Games. Und ein Fuchs. Und ein Fuchs. Jump on Pellets on the small building. Ah, da oben. Fieses Versteck. Ganz fieses Versteck. Aber den haben wir auch. Danke für das Auto. Danke für das Auto. Nochmal kurz ein Bild machen. So. Weiter geht's nach vorne. Eigentlich hier auf dem Pier. Ganz vorne hätten wir was. Und da uns jetzt leider die Polizei verfolgt, kann ich das nicht anschauen. Muss ich kurz vorbeifahren. Oh nee. Hier ist das Prism. Da habe ich glaube ich auch ein paar Dinge übersehen, wenn ich das nicht gesehen habe. Und da ist es nicht so. Ich glaube ich kann es nicht mehr auf dem Pier in der Spitz. Ich glaube es geht. Ich bin der Pfot. Da ist der Pfot. Ja. Es geht ja. Okay. Kann schon. Oh, nee. Kurz mal hier verstecken. Wo bin ich jetzt? Da oben. Gut, dann kann ich auch erst zum Prison gehen. Einen Fuchs habe ich da wahrscheinlich übersehen. Einen Comic. Einen anderen Comic kann einen Freerome sammeln neben der Wand außen. Was sollte eigentlich hier draußen irgendwo sein? Die Leute laufen da durch den Turm durch. Habe ich das richtig gesehen? Beside Heap of Rubbish. Was auch immer Heap heisst. Noch nie gehört dieses Wort. 8 von 10 Gangsters Monthly. Es sind noch zwei Stück für ihn da. Aber die sind wahrscheinlich irgendwo in der Mission verloren gegangen. Was ziemlich schade ist. Ich glaube die Notiz haben wir gelesen. Vielleicht. Da steht jetzt nicht, dass man das nur in der Mission machen kann. Von daher könnte das möglich sein. Dass ich die nochmal finden könnte. Oder sehen könnte. Hier rein kommt man nicht ins Prison. Schade. Aber hier kommt man zumindest rein. Schade. Piss off. Ending the old prison courtyard by climbing a ladder from the street. Okay. Das ist eigentlich die ladder hier. Ich sage ein old armchair. Das ist ja hier ein armchair eigentlich. Ich glaube die Notiz haben wir gelesen. Es wäre mehr hier. Eigentlich genau hier wo ich stehe. Hier ist ein Buch das man nicht lesen kann. Lost Heaven. Typewriter is a lullaby. Und auch hier gibt es nichts. Sorry. Dann muss ich halt doch kurz. Ne da wird nichts angezeigt. Ich glaube das haben wir schon. Während der Mission. Gelesen. Vor allem ist es ja nur eine Notiz. Gut. Dann. Weiter geht's. Und hier aus die Strasse runter. Ich wollte nicht glitzen eigentlich. Aber gut. WTF. Auch schön da jeetest einfach das Auto weg. Ja und jetzt kommen wieder Polizisten. Junge. Eigentlich genau hier wäre ein Comic. Nein, hier unten. All cars pursued is called off. Abandoned search and return to patrols. On a stone bench. On a stone bench. On a stone bench. Wahrscheinlich hier genau, ja. 12 und 20. In a little bit of fashion where I had sometimes played chess. And when I'm out. I'm looking for that vintage fling. But all complexion is that I don't. So hard to find these seem impossible to score. So I dream on. To some be fun that vintage love.